das hast du halt welche zuschauer ich nehme mich auf ich hätte dich jetzt geschlagen wie denn morgen in der schule ah morgen in der schule sag am besten noch wo und welcher schule und ja klar wir wohnen in den richtigen warum man naja da mache ich mir ein bisschen arbeiten in den peters piepstimme r der sagt mal abgabend ist okay du hast du nicht gut sie guckt mich so lieb an sie muss sterben auf wir geben dir noch ein versuch es kann nicht sein dass du es nicht kannst leider jams ist das einfachste was es gibt ja da drauf und dann aufs schild andersrum ja da und dann this way neben this way der andere weg bringt dich nur um t-slash-gm nulle ich weiß ich weiß und ich habe mir den diamanten gesnackt ich habe mir die man schon geholt okay weiter geht's tja level 9 das achtung stück gleich hat nicht wirklich gekriegt alter okay nehmen wir eine reihenfolge fest ja peter marco ich ich bin peter marco ja aber ich war doch davor schon drein ihr wart schon beide naja peter marco und dann bin ich wenn du einmal runter fällst ja peter das ist jetzt hier immer runter peter so eine scheiße alter jetzt drängel dich das wird nicht drängeln das wird nichts mehr glaube ich das wird nichts mehr glaube ich Nein! Ach, da fuck. What the fuck? Ja, ja, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ich bin oben. Mann, da war ich schon. Aber da bin ich so nach und nach wieder runtergefallen. Ich will ja nichts sagen, aber... Huh? Hä? Oh! Das ist schon wieder sowas, was ich nicht kann, wisst ihr? Ich hab's aber geschafft. Auf, ich hab's schon geschafft. Checkpoint. Checkpoint. Buh, 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 buh. Hab's geschafft. Das soll Level 10 sein. Ja, Level 10 ist er echt alt. Passt dir auf, Israelites. um sagt er passt und los auf und ab nicht ich sag Bescheid wenn Jonas er ist halt noch mal wenn ich nicht ich falle in der Zeit und sich die Bordel ich falle nicht ich fliege ich habe keine mehr willst du eine Kuh? Hier hast du ein paar Peter Alter, hör auf! Du kennst mich halt! Oh, du bist so ein Sack! Ich der Petis Petters böses Lachen ist nie Ernst zu nehmen Hä, wo ist denn die Challenge? Ähm, hier wenn du direkt am Anfang bist Hier war das eine, hier musst du dann von weiter zu den Leiter bisher Die ist bei der ersten Challenge Marco, ich sehe dich mal Okay, Jonas ganz ruhig Wie kannst du das denn nicht schaffen? Äh, ruckeln und so Ich weiß nicht, ich hab's davor, ja schon bis zum Ende eigentlich geschafft Ja, wegen der Auffassung oder wegen was? Keine Ahnung, bestimmt Peter geht mal weg und LOL Ja, Peter hat da Instant Damage hingeworfen Ach, hä, wo warst denn du? Jonas ist da eben gesprungen und du hast ihn abgespissen Ja, ich will die Kühe töten Dankeschön Oh, du bist nicht mehr im Game-Mode? Ne, bin ich nicht Scheiße Soll ich vielleicht lieber aufnehmen? Also, jetzt weitermachen Nein, ich nehm schön weiter auf Ja, ich weiß aber Das liegt nicht daran, das liegt grad einfach an meinem Skill, es ruckelt gar nicht Ah ja, warum sagst du dann, es ruckelt gar nicht? Ausreden, hallo? Ich hab's ja eigentlich schon bis hierhin geschafft So, jetzt, hau mal ab Wey, wey Wey, wey Feiern wir Oh ne, Ecksprünge Eckstein, Eckstein, jeder muss versteckt sein Lol, wo muss ich hin? Ach da So was liebe ich So, so mit den Leitern und so Ich glaub ich hab null, ja Guck, das liegt nicht am Ruckeln Marco, das liegt nicht am Ruckeln So Kommt man da rüber auf die Leitern? Ich bin sogar auf den Block gekommen Ja Wir müssen ja hier drauf springen auf das Dach Achso Ich hab auch erstmal hochgeschaut Warte, ich warte noch hier auf Peter Ja, ich hab den Checkpoint aufgemacht, weil ich keinen Bock hatte jetzt hier nochmal ausbauen Oh, das ist wieder so ne klassische Peter schafft nicht Übung Das ist ne klassische Hals-Mau-Übung Ja, der war gut Ich bin fast auf die Fresse geflogen Hallo? Oh, ey Silberschul, Marco, ist einfach schwul Mit STRG Sicht aufzunehmen ist manchmal ziemlich witzig Also ich filme grad sozusagen Peter mit STRG Sicht Warum fühlst du mich nicht, bin ich nicht vordern Du hast es schon geschafft, du hast es nicht verdient Du hast es gerade nochmal Du bist so hässlich, Marco, will ich sagen Okay, nein So fies Wo ist er denn? Ach, komm, Marco auf Ach, komm, Marco auf Ja, ich weiß Dreckiges Lachen gehört Ich weiß nicht Kannst du's nachmachen? Das klingt ungefähr Äh, mal sehen Naja Naja So was bekommt man nicht alle Tage zu hören, ich weiß Weißt du noch, wer in unserer Mannschaft immer auf Mitte gespielt hat? Uhrencheck, oder? Ne, klein Ah ja, okay So Hey, deren Namen, den Namen dürfen wir doch nennen, oder? Der ist ja auch mit unserem Kanal eigentlich dabei, oder? So halbwegs Der hat auch schon, der hat schon mal eingeschrieben So Level 12 Das war jetzt nicht schwer Tja Die Quizfrage für euch Äh, ihr gewinnt gar nichts Wenn ihr es richtig beantwortet in den Kommentaren, was für ein Sport spielen wir? Sagt gar nichts mehr Also wir haben denen jetzt einen kleinen Tipp gegeben Fußball? Darfug? Äh, wo muss ich hin? Keine Ahnung Ich hab den Dreh raus, wo ich dann muss Ist das verwirrend? Nein Hab's geschafft Wett nicht, ich muss da runter Nein, Peter, Peter, Peter! Oh, du musst nach links, schau mal nach links Da Warte, hinter dir Den niedrigen Nach unten links Den Ja Da kommt's dann weiter Ja Was ihr ohne mich machen würdet Gar nichts Wahrscheinlich auf der Straße sitzt Und ob man Irgendwie sowas, gell? Nein, also zu dem Thema wollte ich noch was sagen, damit wir so ein kleines Gesprächsthema haben Ob doch unsere Penner auf der Straße, alles klar Okay Wir haben ein Gesprächsthema Ob doch Lowe Ob doch Lowe Penner auf der Straße